Achtung, das ist wirklich die top körperliche Ursache von Angst und Depression. Denn psychische Probleme sind nicht nur Kopfsache. Hier schauen wir uns es gemeinsam an, was es ist. Und darüber hinaus habe ich dir etwas mitgebracht, das fast wie ein Wunder wirkt. Was war eigentlich als erstes da? Das Ei oder das Huhn? Gute Frage. Es kann sein, dass du dich in Angst und in Depressionen hineingebracht hast wegen mentalen Problemen und anschließend zieht der Körper mit. Es kann aber genauso gut auch umgekehrt sein. Es gibt körperliche Probleme, körperliche Ursachen, die dazu geführt haben, dass du bestimmte Emotionen und Gefühle in dir bekommen hast, die du so nicht möchtest. Anschließend geht das ganze mentale Zeug los, was wir kennen, was ich auch immer mal in anderen Videos predige, dieses Grübeln und Sorgen machen, dass die ganze Problematik dann aufrechterhält. Früher hat man immer gesagt, ich habe so einen nervösen Magen, mir geht es nicht gut. Und dann hat man den anderen gefragt, was hast du denn? Ja, ich bin irgendwie so nervös, da kommt gleich dieses Vorstellungsgespräch etc. Weißt du, warum das so ist? Das ist im Prinzip ganz einfach. Wusstest du, dass unser Gehirn, unser Darm bei der Geburt aus demselben Gebebe einst waren? Und sind sie auch heute noch? Verbunden sind sie miteinander mit den Vagusnerven. Man sagt auch, so wie man schon öfters gehört hat, die berühmte Darm-Hirn-Achse. Über neurologische und hormonelle Verbindungen kommunizieren die beiden miteinander. Was viele Menschen nicht wissen, unser Darm verfügt über ein eigenes Nervensystem, das praktisch autonom alleine arbeitet. Und so kann unser Darm von alleine, wie gesagt, autonom Serotonin und Dopamin von alleine produzieren. Diese Hormone nennt man auch Glückshormone. Und weil sie im Darm produziert werden können, haben sie genauso eine starke Auswirkung, wie sie im Gehirn produziert werden. Das heißt also im Umkehrschluss, sehr viele Antidepressiva, der These zufolge, wären eigentlich null und nichtig, wenn wir den Darm stärker in den Fokus nehmen würden. Er hätte das jetzt also gedacht. Der These zufolge, wenn bei uns hier oben im Gehirn irgendetwas schief läuft, Beispiel durch eine psychische Störung, wo wir ja nicht wissen, ob erst das Ei da war oder erst das Run, ist aber auf jeden Fall gesichert, dass der Darm und das Hirn miteinander verbunden sind durch den Vagusnerv, beides in Mitleidenschaft gezogen wird. Das bedeutet also zur These zufolge, wie gesagt, Wenn wir dort unten Entzündungen haben, beeinflusst es negativ unsere Psyche. Wir wissen heute, dass der Darm Billionen von Bakterien hat, wirklich Billionen. Und man schätzt, dass 95% des Serotonins im Körper im Darm hergestellt wird. Ein gesunder Darm tut also nicht nur verhindern, dass wir irgendwelche Darmerkrankungen kriegen, sondern auch neurodenegrativen Erkrankungen beugt es damit vor. Es ist heute also unumstritten, dass es eine Verbindung zwischen unseren Darmbakterien und Erkrankungen, besser gesagt psychische Störungen wie Angststörungen, Depressionen und Zwangsgedanken, also dass es da eine Verbindung miteinander gibt. Demzufolge sollten wir mehr und mehr in Betracht ziehen, unsere Ernährung umzustellen, wenn wir irgendetwas von diesen Störungen oder Angsterkrankungen, Depressionen, Zwangsgedanken haben. Für mich klingt das alles nur viel zu logisch. Als ich damals eine mittelschwere Depression gehabt habe, verbunden mit Zwangsgedanken und Angststörungen und Panikattacken vor allen Dingen, war es für mich unmöglich zu essen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe darauf rumgekaut, als wäre das Kaugummi. Diese innere Leere, diese Angstsymptome und die ganze Zeit dieses Ruminieren, die ganze Zeit dieses Ruminieren, Gedankenkreisen, grübeln, 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 grübeln. Ich habe alle möglichen Techniken angewandt, die ich dir auch in den anderen Videos immer vorgestellt habe, um aus diesen grübeln und Sorgenmangel rauszukommen. Was ist passiert? Ich habe diese Techniken angewandt, aber es war immer nur so ein kurzfristiger Erfolg. Irgendwann mal habe ich mich gefragt, warum funktioniert das alles eigentlich gar nicht? Ich wende es doch genauso an, wie es die metakognitive Therapie predigt und es hilft nicht, bis es mir irgendwann mal auch selber eingeleuchtet ist, wenn ich diese ganzen Techniken mental bei mir hier oben anwende, die du vielleicht auch schon machst durch die anderen Videos, die du bei mir ansiehst, sie aber trotzdem nicht wirken, woran kann das liegen? Naja, logisch. Die ganzen Emotionen, die in der Vergangenheit so festgesetzt waren, haben meine ganze komplette Darmflora verändert. Das hat sich alles komplett verändert. Das heißt, diese mentalen Angewohnheiten haben so kurzfristig immer geholfen, aber die gestörte Darmflora, die war ja immer noch vorhanden. Ich sage es immer wieder, Körper und Geist ist eine Einheit. Und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht und habe auch die körperlichen Aspekte bei mir angesehen, warum das Ganze mit dem Mentalen bei mir nicht funktioniert. Und da bin ich auf eine Sache gestoßen. Du denkst dir jetzt vielleicht, oh mein Gott, da schalte ich jetzt am liebsten weg von dem Video, der spinnt ja, der Kerl. Was hat denn der Darm bitte schön mit Depressionen zu tun? Ich mache dir mal so ein paar kleine Beispiele, da wirst du vielleicht sehen, ob das vielleicht doch stimmt, was ich sage. Kennst du das vielleicht, wenn du vielleicht schon mal in deinem Leben gemobbt worden bist, auf der Arbeit oder in der Schule, dass du in der Früh aufgestanden bist und hier unten solche Krämpfe gehabt hast? Fühlt sich echt mega scheiße an, wenn man mal so sagen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Das drückt dann hier, da kriegen wir solche Blähungen und das tut so richtig weh. Kennst du das vielleicht, dass du früher mal in den Urlaub warst? Und das berichten auch immer sehr viele Menschen, bevor sie dann wieder zurückfahren mit der langen Reise, mit dem Auto oder dem Flugzeug, dass sie da irgendwie Durchfall bekommen und sich das selber nicht erklären können. Kennst du dieses Sprichwort? Der hat sich vor Angst in die Hose gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Was meinst du, woher dieses Sprichwort kommt? Nicht von irgendwoher. Also, der Darm hat tatsächlich was mit unserer Psyche zu tun. Wäre das nicht so, hätten wir nicht immer diese ganzen Symptome im Alltag, die du und ich aus der Vergangenheit bekanntlicherweise kennen. Kennst du dieses Medikament hier? Es-Omeprazole. Viele nehmen auch Pantoprazole. Und warum nehmen sie es? Weil sie den ganzen Tag unerträgliches Sodbrennen haben. Und viele leiden zusätzlich noch an der sogenannten Refluxkrankheit. Das heißt, die ganze Zeit hat man Sodbrennen, Magenbeschwerden. Das Ganze kann auch vom Darm her kommen. Und das Ganze wiederum kommt wiederum daher, da wir lange unter Angststörungen, allgemein unter depressiver Verstimmung und Stress gelitten haben. Und jetzt habe ich dir etwas mitgebracht, das bei mir phänomenal gewirkt hat. Und einmal habe ich hier für dich mitgebracht das sogenannte Probaflor. Sehe es dir genau an. Probaflor ist mega. Probaflor hat 20 Milliarden Darmbakterienstämme. Diese 20 Milliarden Darmbakterienstämme habe ich drei Monate eingenommen. In Verbindung mit diesen ganzen mentalen Werkzeugen, die ich mir selber angeeignet habe, haben die dann auch gewirkt. Es kam zwar alles immer ein bisschen verzögert, aber es hat tatsächlich angefangen zu wirken. Und dann habe ich noch was für dich hier. Das sogenannte Bioinulin. Bioinulin. Jeden Tag in der Früh vor dem Frühstück einnehmen. Reinigt deinen Darm. Du wirst merken, dass diese ganzen Symptome nachlassen. Von Magenbeschwerden. Heute brauche ich gar kein S-Omeprazol mehr nehmen, weil diese Darmbakterien bei mir so herausragend wirken. Viele fragen sich jetzt vielleicht, was ist überhaupt Bioinulin? Bioinulin ist ein löslicher Ballaststoff. Und wahrscheinlich einer der besten überhaupt. Dieser lösliche Ballaststoff sorgt dafür, dass in deiner Darmflora die guten Bakterien besser aufgenommen werden können und sich schneller entfalten können. Was jetzt nur noch fehlt, ist das Mentale, um aus deinen Depressionen, Ängsten und Zwängen rauszukommen. Und da geht es hier auf der Endcard weiter mit dem CAS-System. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.